Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Kegel liegt! Stirn! Edmund! Weg in der Nacht von Elena! Die hat er unter der Treppe geschaut! Deswegen hast du mich so angeguckt! Ich hab das nicht gedeutet! Dann nervst du ein bisschen! Hey, vielleicht nicht so viele! Was machst du denn da? Was machst du denn da? Was machst du denn da? Probe! Geh rein! Los! Warte, warte, warte! Funktioniert! Sonst kam mir vor! Hat er schon mal vor! Fakt! 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 Hey, ich bin Gegnerteam, Gegner! Ich bin gerade gespawnt. Ich bin gerade gespawnt. Laufen alle raus, alle rennen raus. Jetzt. Hallo Polen. Ich habe ihn gesehen, wie er nachlädt. Auf einmal sieht er mich und man sieht, wie er das Magazin in die Waffe reinreißen will. 2-0. Niklas, 2-0. Hit. Alter, Kegel liegt. Kannst du ihn schon aufheben? Ja. Darfst du, darfst du. Deadman, Deadman. 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 Egal, es geht. Schau, wie ich deine Frau sehe. Nice. Das wollte ich jetzt sehen. Deadman. Ab ihn. Nice. Halt. Hallo, Diego. Bang. Sorry, sorry. Ich bin eh schon bang. Bang, bang, bang. Was passiert ist, ich bin durch 10 blaue durch mit dem Kegel in der Hand. Hab mich einfach durchgezogen. Die haben nicht geschossen. Ah, du hast ja auch einen reingebracht. Ich hab einen reingemacht. Dann sind jetzt hier zwei drin. Und dann noch der Gelb. Zwei von dir noch. Alter. Dann haben wir jetzt 4-1 bis jetzt. Es gibt nur noch den Kegel oben im Gang. Ja, nice. Das ist aber extrem gut für uns. Wie viele Kegel hat das Team hier? Feinig. Wir hatten einen, bis Niklas kam. Dann haben wir 4-0 gewonnen. Das ist so reich. Ja, 4-0. Wir sind so geil. Wir haben uns dann auch wieder geklappt. Ja. Okay. Wie wär's mit einem Schuss auf die Spitze? Wie wär's mit einem Dauerfeuer, ganzes Magazin, bis es leer ist und du anfängst zu schreien aufs Ei? Wenn ich sonst so schwitzig bin, würdest du's machen, oder? Ich würd voll abdrücken. Bis es zu leer ist. Bis es nur noch Takt und mein Schmerz wie übermacht. Ich bin der Mülliger, was ich wirklich mache und wegrenne. Oh, gezockt hat er. Gezockt hat er. Jetzt hör auf, auf meinen Schwanz zu zählen. Geh weg. Den brauch er noch. Ja, ich will noch 49 Kinder machen. Okay. Sauber, also warten wir noch. Du hast hier Wichselkleben. Beiden Seiten. Ja, jetzt ist es überhaupt nicht so toll, das wegzumachen. Okay. Hit! Hit! Wer macht denn sowas? Was? Alter, was ein ******! Super ******! Ich hab nichts gesehen! Ah! Ich hab nichts gesehen! Warte, ich hab mich jetzt gekippt in den ******! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist weg! Hits! 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 Sauber, sauber! Deadman! Deadman! Der war richtig gut! Der war gut! Deadman! Ich hab's wegen ihm im Turm! Ich hab's wegen ihm im Turm! Ja, ja. Schrecklich. Bäng, bäng! Ja, ich bin ja dann am diskutieren mit dem Kollegen hier. Bäng! Der Regel gibt's nicht. Das weiß ich gar nicht. ARD Text im Auftrag von Funk Rotteln? Nice! Alter, wenn du eine Pistole hättest und die jetzt lang macht, dann wäre das gut. Aber so ist das scheiße. Das ist natürlich schon heiß. Das ist nicht ein bisschen unangenehm. Ich glaube, man sieht dich am Knie. Er ist ein bisschen ein bisschen wasser. Aber so ist das nicht ein bisschen wasser. Ich habe das keine Pistole. Untertitelung des ZDF, 2020